Oh, Sonntagabend schon. Ja, eine weitere Aufnahme und diesmal habe ich extra gewartet, bis draußen ein kleines, mini, mini bisschen dunkler wird, weil wir ja eine kleine Höhlen-Tour machen wollen. Bevor wir die natürlich machen können, müssen wir uns erstmal ausrüsten und das Inventar natürlich ein bisschen aufräumen. Kommen wir hier in Mese und Technik, da kommen hier die Röhren rein. Ich glaube, das passt ganz gut. Gut, dann kommt weg das hier. Dann kommt irgendwie Knacken auf dem Rohr. Was auch immer. So, der Mese-Kram kommt auch weg. Die tun wir auch erstmal rein hier oben. Tun das mal hier. Wir haben doch hier unten Mese. Guck mal, tun wir das hier unten hin. Ah. Wir tun es einfach irgendwo rein, es passt schon. So. Na gut, die lassen wir nochmal hier auf der Seite. Ah, de, 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 de. Kunststoffplatten kommen hier oben mit zu. Der Rest kommt in andere Kisten. Nämlich in diese und in diese und hier rein und hier rein. Ja. Die Werkzeugkiste. So, Schraubendreher wieder weg. Ja, die Äpfel behalten wir erstmal. Ein paar Stagger brauchen wir noch. Ein bisschen Werkzeug brauchen wir noch. Ist natürlich alles irgendwie. Wir nehmen mal hier ein bisschen was mit. Na, vielleicht so. Und dann würde ich mal sagen, wir haben auch gar kein Eisen und gar nichts mehr, ne? Das ist alles Zinn, Gold, Kupfer. Können wir Kupferhacke machen? Können wir, oder? Können wir, können wir nicht. Schade, 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 schade. Wir haben halt sonst keine Materialien, um irgendwas herzustellen. Silber. Oder hiervon. Gucken wir mal, was geht. Nein. Ja, eine gute Silberspitzhacke. So, eine Axt werden wir nicht brauchen unten. So, dann kommt die nämlich auch hier erstmal hin. Die Stagger nehmen wir, das nehmen wir. Können eigentlich bei der Gelegenheit direkt mal, bevor wir losgehen, Fackeln machen. Ja. Dann haben wir nämlich ein bisschen was schon mal an Vorrat. Und die Kohle, die bleibt dann natürlich hier. So, das hier, das hier, das hier. Ich mach das mal hier. Ne, ich mach das mal so. So. Gut. Schwert. Hm. Schaufel. Hm. Mitril. Moment. Mitril. Guck mal hier. Dann wollen wir nämlich schnell noch eine Mitrilhacke. Ne, wo lauf ich denn hin? Zum Ofen lauf ich hin, ne? Ich lauf zum Ofen. Ich lauf zum Ofen. Ich. De. Naja. Ähm. So. Äh. Ja, ja. Zu Ofen. Ich war kurz irritiert, weil ich hab nämlich, äh. Mir ist ja aufgefallen, dass die Rezepte so ein bisschen komisch waren und die, äh. Sorting Tube zeigt wieder das richtige Rezept. So, dann haben wir das nämlich schon mal in Ordnung und dann können wir hier eben kurz noch ein Mitril machen. So, geht ja relativ schnell. Zack. 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 So. Dann haben wir nämlich, na, äh, und vorwegen so Mese und so, aber die Türen, das ist leider noch nicht, äh, implementiert. Die, der Fix, den es dafür schon gibt, äh, aus den üblichen Gründen. Sagen wir es mal so. Ja. Schon war, glaube ich, gut ausgestattet für eine Höhlentour. Fackeln haben wir da, das haben wir da, Essen haben wir da. Was natürlich jetzt so noch Nonplusultra wäre, wäre eine Travelbox. Ähm. Dass wir auch schnell mal wieder hochgehen können. Aber gut, da müssen wir noch mit leben. Ja. Haben wir hier denn eigentlich noch irgendwo? Da ist noch. Ach, guck mal, hier ist sogar noch Mese drin. Und eine Schaufel ist da noch drin. Hm. Lassen wir es mal da. Das ist schon okay. So. Ah. Schön ausgeleuchtet. Und jetzt geht es nämlich hier runter. Und dann gucken wir mal, wo wir denn da letztes Mal rausgekommen sind. Sind wir hier rausgekommen? Irgendwo? Ne. Wir haben uns noch letztes Mal irgendwie hochgebaut. Erstmal nehmen wir hier ein bisschen Mese mit. Die Schaufel, äh, die Schaufel sag ich. Die Hacke, die kann das nicht. Okay, machen wir das mit der hier. Einmal. Zweimal. Oh Gott, ist die langsam, die Schaufel. Die Schaufel, ich sag schon wieder die Schaufel. Ne, die Hacke. Die Hacke ist nicht schnell. Dafür ist sie sehr langsam. Ein Minimmonster. Oh, ich sollte vielleicht mal, ja, meine gute pieksige Kaktusrüstung ist noch da. Komm her, komm her, komm her, hier, 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 hier. So. So, meins. Eh, mehr, mehr Zeug. So. Das macht echt keinen Spaß mit der Hacke, ne? Naja, schauen wir mal. Äh, 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 das war nicht Eisen, ne? Doch, das war Eisen. Sehr gut. Eisen ist ja das, weswegen wir hier, äh, reisen. Wegen Eisen. Reisen. Popeisen. Ja, und sonst so, äh, Höhlen-Tour heute und, äh, gucken wir mal, was passiert, ne? Wir nehmen einfach mal mit. Jetzt nicht alles, ne? So ein bisschen nehmen wir einfach hier mal und bedienen uns mal und gucken mal, dass wir so ein bisschen Zeug einsammeln. Und diese Hacke wird das eeeewig dauern. So, guck mal, da hinten sind wir nämlich irgendwo runtergekommen. Und irgendwo haben wir uns wieder hochgebaut. Das weiß ich noch, das weiß ich noch. Die Frage ist halt, wo war das hier? Nein. Sonst nehmen wir gleich den Eimer und, äh, machen uns unseren Abstieg wieder. Guck mal, hier könnten wir natürlich auch... Wir haben ja, äh, alles da, was wir brauchen. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen guten Eimer und, äh, lassen uns hier dann langsam, langsam runtergleiten. So, äh, muss doch reichen. Ja, passt schon, so. Äh, einmal wieder in die Ecke. Und, äh, ein bisschen Mitriel. Und, äh, das hier noch, das hier noch. Oh, jetzt nimmt der hier das Wasser, die ganzen... Na, die lecken mich doch am Arsch. Ui, ui, ui. Guck gleich die... Ja, toll. Die Fackeln wieder aufstellen hier, so. Und so. Und hier auch noch. Und hier kommen wir jetzt gleich schon runter zum nächsten, äh, zum nächsten Abschnitt. Jo, ich glaube, das machen wir. So, gucken wir mal, wo wir tiefer kommen. Ja, toll. War jetzt so nicht geplant, aber... Wir haben ja nicht wirklich eine Wahl. Na. Gucken wir mal hier einmal an der Wandlängs. Ach, da ist die Wand dann auch schon. So. Da geht's dann auch schon wieder runter. Eieiei, eiei, eiei, eiei. Das sind so die restlichen Fackeln. Okay, okay. Dann wissen wir zumindest, wo Ende ist. Oder wo das Wasser jetzt gerade ist. Ah, ja. Okay. Gehen mal so Ebene für Ebene durch. Ich vermute, das wird so wie da oben dann auch sein Absatz wieder sein. Na, schauen wir gleich mal. Erstmal machen wir Licht. Dann holen wir ein bisschen Zeug und dann gehen wir eins tiefer. So, ja. Da ist... Da hat sich das Wasser dann aufgelöst. Okay. Oh, ja, 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 ja. Alles hell machen hier. What? Bist du denn? Was? Ich bin... Eine Spinne. Ach so. Ein Spinnenvieh. Ein Spinnenvieh. Oh, 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 oh. Hier drunter. Na gut, hier ist nichts weiter. Hier geht's weiter. Ja. Da geht's weiter. Da. Hier ist das Wasser. Haha, scheiße. Na gut, na gut. Na gut. Da wissen wir ja Bescheid, wo wir... Oh, das war's dann mit den Fackeln. Na gut, dass ich so viel Kohle eingesammelt hab, ne? Da ist Kohle. Und Miese. 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 Das war's dann auch schon bei der Kohle. Hier ist noch welche. Also ohne Fackeln ist es, ne? Und man sieht nicht so viel. Wobei es jetzt heute mit dem Licht tatsächlich geht. Das ist ja schon, schon gut. So, besser auf jeden Fall als, äh, neulich mal. So, dann haben wir wieder ein paar Fackeln. Und nun geht's weiter. Nun geht es weiter. Verfolgen wir das Wasser mal. Also hier wird es dann wohl zum Ende gekommen sein. So. Oder ne, hier ist es, glaube ich, längst geflossen. Na gut, dass ich die Fackeln hab. Wir gehen jetzt einfach hier mal geradeaus durch. Und gucken mal, hier ist dann der Absatz. Gucken mal, wo wir dann weiterkommen hier. Einmal bis zur anderen Seite rüber. Und dann schauen wir mal, wie weit das war. Mitril. Zack. Da sind die Fackeln schon wieder aufgebraucht. Joa. Schon, ne? So, wieder ein bisschen Kohle holen. Sollte statt Mitril vielleicht einfach immer schön... Und hier Eisen natürlich, ne? Immer schön auch ein bisschen Kohle mitnehmen. Zack. Zack. Das gute Eisen für die Formen. Für du du. Und Kohle für die Fackeln. So. Machen wir direkt mal welche. Zack. 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 Ich glaube, ich hab das ein bisschen unterschätzt mit den Fackeln. Naja, gucken wir mal. Mal erst mal ein paar Stocker machen wieder. So. Gucken wir, wie weit wir kommen. Aber ich glaube, es geht schon wieder steil hoch. Das heißt, wir sind wahrscheinlich gleich oben dann auch am... auf der anderen Seite angekommen. Das ist, glaube ich, okay. Okay, genau. Hier ist es vorbei. Joa, schon ordentlich, ne? Jetzt gehen wir einmal rum. Hier oben an der Wand längs. Dann haben wir nämlich auch die Form und Größe der Höhle irgendwie. Und dann geht's ans Ausleuchten. Ach. Da ist ja hier. Guck mal. Hier war ich ja schon mal. Na nun? Die fackeln schon wieder weg. Meine Güte. Du, komm mal her, hier. So. Diese kleinen, gemeinen Spinnenviecher, ne? Die kriegt man immer nicht so richtig. Oh. Ja. Kohle und so, ne? Hm. Hat ja gut geklappt. Die, 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 die. Wir gehen mal. Wir gehen mal den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Wenn die im Nachbargarten sich da gerade irgendwie abschlachten. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Ah. So. Das reicht nicht wirklich weit. Das reicht nicht wirklich weit. So. Gucken wir nämlich hier wieder schön runter. Da haben wir auf jeden Fall schon mal so ein bisschen. So. Genau, da geht's dann irgendwie runter. So. Hier geht's auch irgendwie runter. Da geht's auch schon wieder runter. Ja. Hm, 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 hm. Hier längs. Ich gucke auch schon immer nach Kohle. Aber hier unten ist Kohle nicht so ganz verbreitet, ne? Guck mal, hier ist der Absatz. So. Können wir hier mal irgendwie Richtung Wand wieder laufen. Da ist Kohle. Okay. Also, wenn man im Hintergrund hört, dass da gerade jemand abgeschlachtet wird, das ist nicht der Fall. Das sind einfach nur die Kinder vom Nachbarn im Garten. Auf dem Sonntag. Sonntagabend. 18 Uhr. Läuft bei euch. Naja gut, was willst du machen? So. Hier, damit nichts spawnt, machen wir hier auch mal ein bisschen hell. Brauchen wir Diamanten? Eigentlich nicht, ne? Naja. So. Aber da geht's hier. Zack. 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 Oh, oh, oh. Da geht's auch wieder runter. Oh, hier ein bisschen Kohle holen. Ja. Eigentlich waren wir hier wegen Eisen und so. Jetzt bin ich die ganze Zeit nur um Kohle sammeln. Das ist natürlich auch gut. Mal hier ein bisschen was von mitnehmen. Und wir müssen den ganzen Weg noch wieder zurück. Ach ne, es war kein Eisen. Hier ist Eisen. Das kommt ja noch dazu. Ich hab ja keine Travelbox und nix und gar nix. Aber ich glaub, da machen wir dann einfach Home und dann ist wieder gut. Dann sind wir wieder zu Hause. Und dann passt das dann schon. So, hier. Hier. Da. Da. Ist immer so ein bisschen blöd, dass man so irgendwie, wenn es dunkel ist, nicht sehen kann, ob es einfach nur dunkel ist oder ob es da tatsächlich irgendwie senkrecht runter geht, ne? So. Oh. Da ist dann die... die Fackel-Geschichte schon wieder vorbei. Da geht's. Da geht's. Gut. Aber da geht's runter. Na, das ist immer so, dass das Risiko, man sollte schon aufpassen, dass man da nicht drauf... äh, 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 was abbaut, während man draufsteht, weil sonst, äh, tut's weh. Gerade wenn wir mal runterfallen. Ah, da ist nix weiter. Aber hier ist Kuhle. Kuhle, 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 Kuhle. Na, wir kennen's noch. Können wir uns mal richtig eindecken hier. Das reicht dann für einen halben Stack oder so. Hör, du hast doch Kuhle übersehen. So, weiter geht's hier. Mal kurz mal ein bisschen Licht machen. Zack. Hier ist doch nix mehr, oder? Genau, hier ist auch wieder Sackgasse. So. Du, 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 du. Ich, ja, ich glaube, ich hab nicht alles dafür in der Travelbox. Sonst würde ich sagen, wir haben jetzt ein bisschen miese gesammelt, können wir ja eine Travelbox machen. Aber, ich glaube, nein. Eine Travelbox hat halt den Vorteil, man kann halt wieder zurückgehen von da, wo man dann eben hergekommen ist. Das heißt, einmal kurz nach oben Sachen abgeben und wieder runter und weiter geht's. Aber, ich glaube... Die Travelbox. Genau, ich brauch Glas. Außer ich find hier gleich irgendwo Sand. Das wär natürlich... Moment. Moment. Hier war doch irgendwo... Da hinten. Hier, hier, hier. Ja, dann passen wir auf. Wir haben... Zack, zack, zack. Wir haben... Zack, zack. Ah, ha, 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 ha. Wir haben Sand. So. Keine Ahnung, wie viel denn man davon jetzt brauchte. Dann haben wir... Dann haben wir... Erstmal schönes Plätzchen suchen, wo wir arbeiten können. Das heißt, es muss überall ausgeleuchtet sein. Wir gehen hier mal ein Stückchen zurück. Ah, hier wär auch Sand gewesen. Okay. So. Das gute Mitril. So. Hier stehen wir zwar relativ offen, aber hier müsste das eigentlich klappen. Das heißt, wir machen uns mal ein Öfchen. Dann machen wir hier einmal... Zack und zack und... Sechs brauchen wir, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tröpfchen Kohle rein. Kurz warten. Sand geht ja relativ schnell. So. Ein Mieseblock in der Mitte und Eisen außen. Und... Eisen haben wir ja nur noch. Da reicht dann die Kohle nicht mehr für. Nochmal einen rein. Oder? Reicht sie, reicht sie, reicht sie, reicht sie. Okay. So. Und dann brauchen wir genug Miese. Genug Miese haben wir. Zack, zack. Da und da. Und hier und hier. Und schon ist die Travelnetbox fertig. Jetzt kommen wir nämlich hier. Jetzt kommen wir nämlich hier. Name der Station. Ist egal. Netz haben wir, glaube ich, so gelassen, ne? Genau. Netz haben wir so gelassen. Jetzt kommen wir nämlich hin und her springen, wie wir wollen. Und... äh... Remove Session. So. Für den Fall, dass wir schnell mal zurück brauchen, haben wir jetzt auf jeden Fall eine Travelnetbox. Das ist schon mal ganz schön. Den Ofen, den lassen wir. Da kommen wir mal kurz. Keine Ahnung, wie viel wir jetzt brauchen. So. Und, äh... Von dem hier. 3... 3... 1... 2... 3... 3... 1... 2... 3... 3... 3... 3... Äh... Ja. Pauen wir mal dem Ofen schnell ein Häuschen, damit es ihm nicht kalt wird. So. Und ein bisschen Kobbel drumrum. Und ein bisschen Kobbel drumrum. So, und damit er rausgucken kann, haben wir noch kleine Fensterchen drin. So ist doch schön, so ist doch schön. Ein kleines Häuschen für den Ofen. Über jedem Fenster eine Fackel und hier... Zack. Haha, genau gereicht, so. So, dann hat der Ofen auch ein kleines Häuschen bekommen, ohne Dach. Aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm. Aber wir können ja mal eben ein Dach machen. Äh... Haben wir noch irgendwas Schönes hier zum Bauen? Nur den guten Kobbelstone. Ach... 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 Alles klar. Hier ging doch auch irgendwie die... Kommt man da nicht irgendwas noch anderes mitbauen? Ne, ne? Ach... Na, mach mal hier. Zack. Sechs reichen nicht. Zack. Äh... Hä, du wolltest eine Höhlentour machen. Was machst du hier für eine Scheiße? Äh... Es muss alles eine Ordnung haben. So. So. Oh ne. Äh... Außer Beleuchtung bleibt. Äh... Da wir eine Travelnetbox haben, können wir auch ein bisschen Holz verschwenden. Weil wir können ja jederzeit hoch und unser neues holen. Die Tür machen wir... Nach innen? Oder nach außen? Ne, machen wir andersrum. Dann ist innen ein bisschen mehr Geräumigkeit. So. Und schon haben wir das kleine Ofenhaus. Zack. Okay. Da ist ein miese Monster. Und ein... Ah, hier vorne. Komm, 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 komm. Miese Monster. Komm, komm, komm. So. Äh... Inventar ist voll. Na gut. Ne, ist nicht voll. Ich war nur zu blöd, es abzubauen. Äh... Machen wir noch mal. Weiter geht's. So. Oh. 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 Da hab ich schon wieder ganz viel Zeug gesehen, was wir gebrauchen können. Hier geht's auch wieder runter. Okay. Oh. Oh. Damit's nicht, äh... Da mich hier nix spawnt, so. Und dann holen wir uns ein bisschen Kohle. Mal wieder. So, so. Davon, 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 davon. Und wo wir gerade dabei sind, können wir das Eisen gleich auch noch mitnehmen. Zack. Und das Mese natürlich auch. Ich seh'n hier wieder die... Ich steh' der Stuhl schief. So. Zack. 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 Ach ja. Kohle. Für die Fackeln. Ja, ein... Der erste volle Fackel-Stack in dieser Höhlen-Tour. Top vorbereitet. So, da kommen wir hier auf unseren Querweg. Durchweg. Durchschreitenden Weg. Hier ist auch wieder alles. Das ist so, ne? Also, guck mal, hier, da, da ist, hier ist der Weg längs. Und direkt daneben alles voller Eisen. Hab' ich hier auf dem Weg überhaupt nicht gesehen. Ich würd' sagen, da machen wir unsere Spitzhacke gleich mal fertig mit. Und dann haben wir endlich ein bisschen... bisschen wertvolles Eisen, was wir für die wertvollen Formen brauchen. Weil das Eisen selber brauchen wir ja eigentlich gar nicht, ne? Wir brauchen ja nur die Form. Dass wir dann nämlich dann aus dem Mesopulver-Gedönse uns vernünftigen, äh... vernünftige Werkzeuge machen können. Oha, da geht's runter. Oh, da geht's runter. Oh. So. Dann ist jetzt mal hier ein bisschen Eisenfarmen angesagt. Ja. Ja. Eisen, 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 Popeisen. Ob wir da den Stack mit vollkriegen? Ich glaub' nicht. Andererseits, so wenig ist es auch nicht, ne? Gucken wir gleich mal, wie viel wir dann schon haben. So. Hier noch die ganze Reihe. Klopf, 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 klopf. Und selbstverständlich die Kohle natürlich auch, natürlich. Kohle und, äh, Mese natürlich auch. Hm. Das braucht schon echt lange, ne? Äh, die Spitzhacke, äh... Da bin ich mal froh, wenn die gleich weg ist. Wir haben ja noch eine gute gleich. Diese komische Steinspitzhacke, ich glaub', die können wir irgendwo mal wegschmeißen. Die tut sowieso nichts, irgendwie. Aber hier, die Silberspitzhacke, oder was? Ach, guck mal, hier, Eisen, tatsächlich. Ein Steck Eisen, bitteschön. Der nächste, bitte. So. Die hält aber auch was aus, meine Güte. Jetzt müssten wir ja eigentlich hier oben irgendwie längs, ne? Wir gehen erstmal hier auf der Seite einmal rum. Gucken wir einfach mal, hier ist nämlich direkt, direkt daneben gleich wieder tonnenweise Eisen. Na, gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Hier ist auf jeden Fall wieder Kohle. Na, geht's hier einfach nur ein bisschen runter, oder ist da ein Absatz? Ne, es geht einfach nur ein bisschen, geht einfach nur ein bisschen runter. Das ist das, was ich meinte. Also man sieht immer von oben, wenn's dunkel ist, einfach nicht, ob da ein Absatz ist, oder ob's da einfach nur runter geht. Guck mal, so wie hier. Ich glaub, hier geht's irgendwie wieder zurück. So, sag mal, wo, sag mal, wo sind wir denn hier? Oh. Oh. Na, einmal in der Hühle, immer an der Wand längs und dann einmal irgendwie außenrum. Ja. Aber ich befürchte fast, äh, ich wollte grad sagen, erstmal ist hier wieder alle. Ja. Ich befürchte fast, äh, das wird nix mehr. Kohle rein, so. Die Höhle geht dann hier in direkt, ne, in irgendeine nächste Höhle über und, äh, in eine weitere nächste Höhle und in noch eine weitere nächste Höhle. Ähm, dann haben wir irgendwann alles komplett ausgeleuchtet, aber sind nicht weiter runtergekommen, weil ich glaub, ich hab die Mod aktiv, dass man irgendwie auch weiter unten dann schönere Höhlen hat noch. Das wär natürlich dann irgendwie so das nächste Ziel, dass wir gucken, wie weit kommen wir denn tatsächlich runter und, äh, ich weiß gar nicht, wann ich die, wo ich die eingestellt hab, wo sind wir denn jetzt, 1200? Ich weiß das gar nicht mehr. 2000 oder so? Oder 1500? Naja. Ja, soviel zum Thema, da ist ein Absatz. Ich dachte, da ist, äh, hier aber ist einfach nur nicht zu erkennen gewesen. Wieder zur Wand und weiter geht's. Okay, da ist zu Ende. Geh mal hier mal ein bisschen runter, so. Ja, äh, genau, coole, äh, coole. Coole, coole, coole. Da hinten, da hinten, da, da, ich, 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 eher eindeutig, da ist coole. Es gibt doch auch so eine Mod, mit der man sich, äh, so eine Grubenlampe irgendwie nehmen kann und dann kann man nämlich, äh, wie mit einer Fackel ausleuchtend rumlaufen. Das ist, glaube ich, von der Performance ja nicht so supergeil, aber, äh, es wäre natürlich irgendwie möglich. Weil dann sparen wir uns das Ausleuchten. Hier, das ist natürlich dann blöd, um zum Zurück zu finden, aber oha, hier können wir mal zuschlagen. Bitte geh kaputt, bitte geh kaputt. Oh, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. So. So, jetzt, äh, wird aufgerüstet hier. Bam. Geht auch nicht viel schneller. Äh, je, 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 je. Da, da, die, da, da, die, 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 die. Da ist halt echt irgendwie groß und viel. Äh, das ist, was sie gesagt hat. Äh, ja. So, nächste Höhle, äh, äh, nächste Kohle hier unten. Ja, gut. Das geht schon mal schneller. Eindeutig. Das war eine gute Idee. Äh, hier. Hopp. Und dann, auha. Alles klar. Alles klar. Da sieht man, äh, kann man das hier auch sehen? Ne. Nur da hinten, wo ich, äh, meine Güte. Das werden wir nie ausgeleuchtet bekommen. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Und du bist schuld. Ja, brauchst gar nicht so zu gucken. Kuss auf die Fresse jetzt hier. So. So. Ja. Das werden wir nicht ausgeleuchtet bekommen. Äh, das. Ne, ja gut. Äh, nein. Dafür haben wir jetzt zumindest mal schnelles Werkzeug. Leuchtet ist es auch mal schön. Das ist auch mal schön. Können wir gleich die nächsten Fackeln machen. so, 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 so. Ich glaube, das ist zielführender als, äh, hier. Da ist schon wieder so ein, so ein, so ein Spinnviech. Es ist zielführender als die Höhle auszuleuchten. Auf jeden Fall. Aber dafür kriegen wir gutes Material. Und das brauchen wir ja, äh, später auf jeden Fall. Für diverse Dinge, die wir tun wollen. Hier, von da oben. Da oben, da ist so ein bisschen noch erkennbar, da sind wir längst gelaufen, hier sind wir längst gelaufen, hier waren wir, hier waren wir, hier, 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 hier. Und das ist ja nur eine gerade Linie anfangen, wir sind ja hier einfach nur gerade längst gelaufen, dann hier einmal hinten rum, hier zurück, hier runter, hier rum, hier, hier hinten hoch, hier, jetzt haben wir hier. Das werden wir niemals schaffen. Es sieht schon auch irgendwie geil aus, wenn man das so schattenmäßig sehen kann, ne? Im Leben nicht, im Leben nicht, im Leben nicht. Guck mal, dann machen wir jetzt hier nochmal einen Kreis. Dann haben wir hier einmal unseren Weg geschlossen. Ein bisschen Kohle einkassieren. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Eisen haben wir, glaube ich, dann auch jetzt erstmal wieder genug. Das ist doch auch mal ganz schön. Miese, miese, miese. Dann gehen wir hier mal. Also den Bereich leuchten wir jetzt noch aus, hier so ein bisschen, einfach mal, weil es geht. Dann haben wir es einmal ordentlich gemacht. Aber dann gucken wir mal, dass wir irgendwo einen Absatz finden und dann springen wir uns da todesmutig hinab. Und gucken mal, wie wir dann da weiterkommen. Kohle, 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 ich höre ja schon auf. So. Hier noch ein bisschen von Diamant. Na, so. Ne, hier war nur der, 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 ne, ne, ne. Wir gehen mal hier längs. So, hier ist noch ein, ein, ein Fleckchen. Zack. Zack. Und damit soll das dann gut sein. So. Okay. Dann habe ich hier ein bisschen Vitryl gesehen und hier noch ein bisschen Eisen. So. Noch mehr Eisen. Ich nehme jetzt nicht immer überall alles mit. Das ist Quatsch. Das ist, die sind so entgiebig, die Höhlen. Da ist es auch, glaube ich, okay, wenn man da mal ein bisschen was weglässt. Mieser Monster. Komm her, Junge. Komm her. Problem, oder was? Patsch. Noch ein Problem. Besser ist es. Jetzt sehe ich dich leider gerade nicht. Komm mal da hinten raus aus der Dunkelheit. Braucht man hiervon eigentlich auch? Nö, oder? Es leuchtet so schön. Ich nehme das mal mit. Mit der Hacke hier ist das sowieso einmal gegen Klatschen und dann ist es. Selbst die Ratten sind weg. Oh, so macht das Arbeiten Spaß. Jetzt gucken wir mal, ob man hier irgendwo runterkommt. Aber ich glaube, nein. So Sackgassen. Das sieht doch mal nice aus, oder? Und da ist auch dunkel. Da waren wir noch nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man mal einen Absatz braucht, dann ist keiner da, ne? Das ist gut im Vitriel. Ey, 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 ey. Also hier, wie gesagt, einmal außen an der Wand, längs. Ne. Wir machen uns hier einfach einen Absatz. Ich habe entschieden, wir machen einen Absatz. So. Na genau, so. Da, siehste, 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 siehste. Siehste, siehste. Wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich gestorben. Können wir hier Trick 17. Na gut. Da ist schon geladen. Da sieht man es natürlich nicht. Da wäre ich einfach gestorben. Also, wir kommen hier auf jeden Fall irgendwie schrittweise runter anscheinend. Ah, nicht so wirklich, ne? Können wir da gleich mal. Ah, ei, 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 ei. Oha. Oh, Inventar ist einmal gefüllt. Das ist schon mal schön. Das heißt, wir schmeißen mal ein bisschen Cobblestone weg. Scheißegal. Da ist er weg. Okay. Oh, man hat ihn aber unten aufschlagen hören. Also, es ist nicht so super extrem, dass man 100 Meter in die Tiefe fällt. Und hier gibt es auch so ein bisschen irgendwie schon wieder unter, ne? Ja. Man hört es auf jeden Fall, dass es unten irgendwo aufschlägt. Das heißt, wir machen hier mal Wasser. Und gucken dann einfach mal, dass wir unten irgendwo ankommen. Ja, kurz runterlaufen lassen. Ich klicke die ganze Zeit, um irgendwann die Fackel zu setzen. Doch ein Stück. Ah. Da ist der Sand abgeblieben. Alles klar. Weiter geht's. Wir müssen tiefer. Wir müssen tiefer. Können wir mal ein bisschen vorauslaufen hier schon. So. Das Wasser kommt dann halt langsam runter. So, schöne Mischung hier. Ich glaube, den nehmen wir mal komplett mit, oder? Ja. Wir müssen tiefer. Laufen wir einfach mal bis zum nächsten Absatz. Gucken dann mal. Aber ich glaube, so einen wirklichen Absatz wird es hier nicht geben, ne? Ist genauso wie oben da die andere Höhle. Gehen wir mal hier in. Das Wasser fließt immer noch gemütlich vor sich hin nach vorne. Aber es müsste sich eigentlich langsam auflösen. Ja. Irgendwo plätschert es hier noch. Ich höre es eindeutig. Faggel, Faggel, Faggel. So. Dann gehen wir mal hier in die Richtung. Da scheint es ja irgendwie wieder nach oben zu gehen. Miesel. Haben wir eh genug von. Also. Eigentlich nehme ich es nur der Tradition halber mit. Wir brauchen es ja eigentlich nicht. Hier geht es doch auch wieder nach oben. Kann man denn hier auch? Na ja, hier ist... Na ja, gut. Es ist alles geladen. Das heißt, wir bauen uns einfach wieder runter. Das ist mir zu doof. Einfach wieder runter. Einfach wieder runter. Oh. 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 Aaaaaa. Deh deh dee dee. Deh dee dee dee. Deh dee dee. Eimer. Ja, gut. Also, hier. Wir brauchen nie wieder Höhlen ausleuchten. Ab sofort sind sie für uns ausgeleuchtet. Wir haben sie gefunden. Und wir sind auch für 1500. Also, es ist 1500 die Einstellung gewesen. Okay. Hey. Äh, die, ja. Hm. Hm. 59? 60. Also, es ist Cobblestone, aber der ganz leicht kaputt geht. Ja, schön. Hm. Und das hier sind... So kleine Leuchtkristalle, oder was ist das? Höh. Glowgem. Kann man die dann statt Fackeln benutzen? Das ist ja... Oh, das ist ja allerliebst. Die grünen wahrscheinlich auch, ne? Ach, guck mal. Das leuchtet dann. Meine Güte. Ich würde sagen, wir haben unser Ziel erreicht. Guck mal, hier noch ein bisschen runter. Oh, das wird natürlich jetzt ein bisschen die Höhle fluten, weil das hier runterläuft. Aber gut, dann ist das halt so. Eieieiei. Da, scheiße. Da hat er... Hat ja gut geklappt. Sehr toll. Hehe. Aber so, die, die, die Dinger hier, die bleiben auf jeden Fall okay. Äh, ich glaube, dann nutzen wir das gleich mal hier. Yay. Da geht's nämlich noch tiefer runter. Guck mal, hier da hinten, das ist so... so lila. Hier oben ist blau-grün. Hier ist auch so blau-grün. Guck mal, hier hängt auch an der Decke noch. Da weh ich ja mal hin. Weil das sind irgendwie andere... andere Kristalle, die da leuchten. Gut, da ist auch wieder so eins. Da sind die grünen von der Decke hängen. Die blauen. Guck mal, da sind so kleine Kristalle, die hier aus Blöcken gebaut sind, die von der Decke hängen. Oha. Guck mal, dann gehen wir mal hier in die Richtung. Und die sitzen auch anscheinend nur auf Stein. Also man kann die... ganzen Rohstoffe noch alle sehen. Die sind freigelassen. Hier Stalagniten irgendwie. Ich frage mich auch, ob als Gegenstück oben dann die Stalatiten runterkommen. Da so ein bisschen, aber ich glaube, das ist eher Zufall. Da ist auch ein grüner. Guck mal da. Und da sind die, die ich von oben gesehen hatte. Aber da wollte ich in die Richtung hin. Da hinten, da wollte ich doch hin. Oder wollte ich hier hin? Das ist gleich ein ganz anderes Gefühl irgendwie, ne? Mit natürlicher Beleuchtung und so. Doch, vielleicht bei der Gelegenheit mal ein Häppchen essen. Und bei der Gelegenheit auch gleich mal etwas trinken. Ich habe ja noch einen guten Kakao. Und so monstermäßig ist da auch nichts, ne? Spawnt da einfach nur nichts? Oder ist es einfach zu hell, dass da was spawnt? Ich glaube, den einen Obsidian-Lock, den lassen wir mal hier. Den brauchen wir nicht. Ach doch, da ist ein Mese-Monster. Und da hinten sind die. So. Wir schleichen uns mal hier längs. So. Gucken wir mal, was da hinten ist. Da ist auf jeden Fall dunkel. Hier, guck mal. Das sind hier die... Green Glow Worms. Okay. Und die kann man dann wieder hinhängen. Dann leuchten sie. Ups. Dann leuchten sie dann wieder. Zack. Ist das eine andere Farbe oder sieht das nur so aus? Ach, guck mal hier. Oh, das ging schnell. Ten Eyes. Okay. Kann man bestimmt auch schon zum Bauern benutzen. Und hier? Die hängen ja an der Decke und am Boden. Heiße Kille. So. Das sind dann wahrscheinlich die... ... die Blue Glow Worms. Okay. Okay. Da hinten ist irgendwas Rotes. Ist das ein Pilz? Das ist ein Pilz, ne? Da kommen wir so aber nicht hin. Da müssen wir mal hier außen rum gehen. So. Das oben, das krass, das war, glaube ich, ein bisschen gelblicher, ne? Oder sah das einfach nur so aufgrund der Lichtverhältnisse so aus? Beziehungsweise Lichtverhältnisse... Mein Test hat da nur einfarbiges Licht. Oh, hier ist aber noch... ...noch was anderes. Da sind wir näher dran. Das gucken wir zuerst an. Ne, aber aufgrund der Verhältnisse davon, dass das eben hier blaue sind und da oben dann eben weiße. Geht auch wieder so schnell. Crystal Ore. Hm, okay. Ah, das ist wahrscheinlich wieder... ...geht auch so schnell. Sapphire. Hm, okay. Das ist ein bisschen wie so eine große Version hiervon, oder? Ach, mal die Pilze haben Unterbodenbeleuchtung. Schön. Gehen wir mal hin und gucken wir uns auch nochmal eben an. Aber ich glaube, oben sind keine, äh... Ne. Da sind so gegenstückmäßig keine Stalaktiten, die irgendwie... ...die nur mit drunter hängen. Wäre ja, glaube ich, auch ein bisschen viel verlangt für eine... ...Anführungszeichen einfache Mod. Da ist es schon... ...schon schön. Ja, guck mal, es gibt die definitiv in verschiedenen Farben. Sie ist... ...in, in, äh... ...in Lila. Oh. Ein halber Pilz. Na gut. Oh, so war schöne... ...schöne gelbliche... ...gelblich-weiße Farbe. So, was haben wir hier? Na schon gilt's, okay. Kann man sich doch noch bestimmt auch... ...sondern das will so ja neben die Blöcke davon sein. Da kann man sich bestimmt auch eigene... Oh, Baby... ...Baby-Pilze. Glowing-Fungo. Ob man die essen kann? Ach, guck mal, hier ist ein ganzer Pilzwald. Das finde ich super tatsächlich geiler. Und hier ist der Pilz auch ganz, sehr schön. In grün. Der leuchtet auch. Und wenn man hier so durchguckt, durch die, durch die Löcher... ...das geht hier nach unten noch... Upsa, nicht runterfallen. Das geht hier auf jeden Fall noch groß weiter. Das bleibt jetzt auch so. Da oben da unsere komische Höhlen... ...die, die, die kann mich mal... ...kreuzweise kann die mich mal... ...aber ganz geflecht. So schön, wie wir das jetzt hier unten haben. So. Guck, schon sind wir unten. Jo, hier geht's dann auch wieder runter. Macht halt keine Geräusche, wenn man drauf läuft. Na, das... ...macht's ein bisschen leise. Aber der Blick entschädigt natürlich. Also, ohne Frage. Oh, oh, siehst du? Hier ist nämlich irgendwo löchermäßig. Ich mach mal hier. Guck mal mit. Oh, na gut, okay. Ja, guck, hier geht's nämlich direkt in die nächste. Und das hier ist quasi das Dach. Ja, das ist quasi der Boden von der Höhle, die da oben drüber ist, wo wir hergekommen sind. Alter. Ich glaub, da brauchen wir nichts mehr sagen, oder? Das kann man einfach so auf sich wirken lassen. Oh. Tschüss, Sand. Ich glaub, das würden wir nicht überleben, wenn wir da runterspringen. So. Es führt allerdings keinen Weg dran vorbei. Äh, pff. Ist egal. Save. Wir gehen mal zurück. Denn, die Stunde ist schon wieder rum. Wir haben eine schöne Höhle entdeckt, wo wir auch nächstes Mal uns wahrscheinlich noch ein kleines bisschen aufhalten werden und ein bisschen, ja, nochmal einen Ticken tiefer gehen oder so. Mal gucken. Äh, ich sag, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wusste natürlich, was mich da jetzt erwartet, ab einer gewissen Tiefe, aber, äh, hat mir schon sehr gefallen. Hat mir schon ein bisschen, 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 bisschen Pee-Wee in die Augen gemacht. Nein, äh, sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Ähm, da machen wir nächstes Mal ein bisschen weiter. Ich sag, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme, ne? Hau da rein. Tschö.